Was ist jetzt vielleicht noch? Ich weiß was ich sonst immer gemacht habe Deswegen mache ich das andere Ja 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 Auch Kate ist so eine Liebe Egal Nope Das ist die richtige Entscheidung. Nun geht es zum Parkplatz. Ich bin glücklich, dass ich diese Zeit in die Zeit steckte. Ich kann es nicht anhalten, dass die Leute geholfen werden. Oh, ja, ja, ja. Warte, ich weiß, wo das nächste Foto ist. Warte, hier rum nicht. Zeichnen? Es ist nicht eine schreckliche Fenster, wenn jemand mir auf sie schreibt. Kann ich das fotografieren? Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich könnte das Bild für eine Serie auf Arcadia Bay Lots nutzen. Juhu. Juhu. Wenn ich sonst öfters rede. Es ist jetzt die erste Episode, deswegen... Ähm, warte mal. Warrens Auto. Schau an Warren in seiner Wehback Machine. Er ist ein braver Mann. Was geht's, Max? Wie geht's dir? Hier ist dein Flash. Danke. Danke. No problem. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978, to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh, just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I pay money to see a photo of that. I don't want to talk about it. Geez. You're a little miss sensitive today. I wouldn't push your luck, Warren. Not in the mood today. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, of course. Of course. No. I've been way too busy with class. And life. Damn girl, you had it like a year. Or a week. I did browse through all the titles, drama queen. Haha. Make sure you watch cannibal holocaust. I don't know. I've seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can't a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch. That sounds awful the way you say it. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Well, Russ Mayer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Hmm. I don't want to speak about it. This is kind of a crazy day for me. I mean, I literally think I'm going crazy. I may be a pest, but I'm a good listener. For reals, Warren. This is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures. Especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw. Now. Answer me, bitch. What are you talking about? I know you're new here. I don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know that Prescott's own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me. I've been innocent. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man. You're telling me what to do? Get away from her, dude. Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do. Not my parents. Not the principal. Or that whore in the bathroom! Max? Chloe? No way. You again. Warren! Go! Go! I got this! Get in, Max! Get your punk ass out of there now! Don't even try to run! Nobody! That's easy! Nobody! Nobody! What a fuck! Oh, I love these wackelköpfe! Man, Nathan Prescott is messed up. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After five years, you're still Max Caulfield. Oh, and to miss Chloe Price. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. My friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Actually not. No, it felt like a real city for artists. Big and bright. Great for taking pictures. Yeah. Must be hard coming back to a Hick town like Arcadia again. Not after seeing you. Please girl. You came back for Blackwell Academy. Yeah. Only for Mark Jefferson. He was a pretty famous photographer in the 90's. I've always loved his work. Those that can't do teach. I'm glad you found a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. Do you want to do that again? 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 Somehow I don't know that. Give me a break. I was going through changes. Like you. I guess those changes included dumping me from your life. That's not true Chloe. Oh shit. You thought you hooked up with all these art tricks in Seattle. Didn't happen though. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me Max. No come on. Oh man. Are you serious? Wow. Haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stock garage and he actually is a tiny tool. Welcome home Max. Welcome home Max. Yeah, yeah. I'm always the same. Oh, I love this music. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My stepfather makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. That's what I would like. You can a little sniffle. Actually this is very interesting. We had such a blast drawing these together. With Chloe and Max. She is the hammer. Power Girls. Max Chloe and the super cat. Abwech. She's the Chi Minh. Und Kませ. This is what you say. It's from Rachel Amber. Wait. Wait Vermisse dich wünsche, du wirst hier Rage Oregon Was tun nochmal mit Oregon jetzt bei Life is Strange 2 Boah ich denk viel zu viel nach Und die Kisse fällt runter, das weiß ich noch Von daher Chloe hat total verändert ihre Style Ich habe gar nicht kennengelernt Uh, sowas ist immer cool Sowas hatte ich auch als Kind Ich denke jeder von uns hatte das Schreibt mir die Kommentare ab, ob ihr auch sowas hattet an der Wand Wo immer eure Größe gemessen wurde Aha Da haben wir ja schon mal eine CD Ja Hey gimme das Sorry, I wasn't trying to be nosy Obviously, she was a good friend I was putting it mildly I was putting it mildly Mhm 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 I never forgot Even if I was an asshole and didn't keep in touch But you had Rachel Rachel had my back We were gonna kick the world's ass We were gonna kick the world's ass You would laugh at how different we were She wanted to be a star She looks like a model That was her plan Our plan Our plan Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles I see why I bet your mom was not too happy She was happy enough to marry a Nazi Reason number 356 to escape Mhm I feel the love Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago She just left Arcadia Without a word Without me Hmm That's what he meant What about her parents? Are they looking for her? They're in denial Max, I know she's missing I assume you know more than that Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life And poof And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life My dad, you And Rachel Gone Can you put on some music now? Traurig 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 Hmm Ja, we can have a laptop show Hier, Hi-Fi Anlage It won't play without any power Genau Stromleiste Sack So CD CD Und jetzt sind erstmal getanzt und Musik gehört Wie gesagt, ich bin gespannt zwischen der Verbindung von ihr Life is Strange zu Life is Strange 2 Ach man Ach man Ach man Aber hier finden wir jetzt auch nichts Das weiß ich Das weiß ich nicht Das weiß ich nicht Ich glaube aber Das weiß ich doch Das weiß ich doch Das weiß ich doch Jaa aber der Vogel soll nicht sterben Oh Leute Joyce still works at the diner And Chloe's new dad is a security guard Oh oh Hm Oh oh Uh oh The prices are late on their bills Okay, die Hypotheken David und Joyce Madsen Ich bin schon Traurig Ich weiß gar nicht mehr ist hier hinten auch was? Jaa Schublade öffnen Oh Oh Joyce hat ein kleines Schrein zu William und Chloe Mann Das ist so Ich finde ich irgendwie vom Aussehen her Irgendwie Wir haben da schon eine gewisse Ehlichkeit Datt ist äh Jaja Im Bad Ich weiß gar nicht mehr können wir im Bad hier irgendwas machen? Ich weiß gar nicht mehr können wir im Bad hier irgendwas machen? Nein, jemand hat es von der anderen Seite gespart. Die Preis-Familie ist in Dough diese Tage. Dann nehmen wir wieder neue Seiten, aber ich wollte auch hier hin. Rachel Louie Rowan. Zwei Personen fehlen noch. Ich weiß aber auch nicht mehr. Doch, doch, doch. Also eine Person weiß ich noch nicht, weil es aber die anderen nicht mehr. Muss ich es zugeben. Also eine Person, die da noch steht, weiß ich bei der anderen bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Könnte man hier nicht, konnte man hier nicht irgendwie was machen? Das weiß ich gerade nicht mehr gerade. Oh, wie bei Live Search 2 und dann wird jetzt philosophiert. Max, ich bin bereits erwartet. Was für dich? Travel. Das wäre toll. Explorieren die Welt. Geh weit von hier. Geh weit von mir? Vielen Dank, Mann. Mann, du würdest totalen kommen mit mir. Ich brauche einen Körper für unsere Sprecher. Ich würde wie Lara Croft, aber real. Das wäre majorly cool. Total. Wir haben Autos, Boats und Planen all over für Instant Escape. Und keine Adulanten können uns sagen, was zu tun. Count mich in. Was würdest du während ich dich schrechst? Vielleicht nehmen wir Bilder von unseren Sprecher. So früh befreundet und dann legt man auseinander. Aber irgendwie ist man doch noch immer miteinander verbunden. Wait, warte mal. Das hier mit dem Vogel. Ach, hier, guck mal. Wie ihr schon mal gesagt habt, man kann theoretisch hier viel, viel mehr sammeln. Woll, habe ich ja, glaube ich, schon mal schon gesagt. Also, ja, warte mal mit dem Vogel. Ich glaube, der Vogel ist vielleicht der, Dann, äh, der, ähm, was ist denn hier gerade? Achso, nur die Schiebetür. Ich weiß nicht, ob das der jetzt drin ist im Haus. Ich weiß es nicht mehr. Ist, äh, viel zu lange her. Oh. Oh, ja, wenn dann ein Fleck auf dem Boden ist, das ist nicht gerade sonderlich schön. So, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Sagt das nicht, Max. Na, weil ja auch bei der Army ist das die Army. Uuuuhh. Dann ein Ziel. Werkzeuge da oben. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie man es bekommt. Was war das denn für ein Buch von mir? Kann man nicht denn von hier was mit den Werkzeugen machen? Warte mal, hast du nur alle sehen. Jawohl, so, jetzt runterschieben. jetzt diese Maschine einschalten und schon geht es ab. Jawohl. Herr Pohl. Was ist los mit mir? Warum sage ich die ganze Zeit nur ein bisschen einsatz? Jawohl, Herr Pohl. Wowzer, ein Bild von Blackwell Academy. Ich frage mich warum. Ich frage mich. Das brauchen wir sogar noch nicht mal. Das kommt erst später. Essen. Yummy, yummy. Das sind Akten. Da weiß ich, was mit passiert. Da weiß ich, was mit passiert. Cool, now it's opened. Oh, yeah. Sorry, wenn ich vielleicht etwas weniger rede. Aber ich habe heute auch schon eine Menge aufgenommen. Muss ich zugeben, heute, wo ja für mich wieder Aufnahmetag ist. Und ja, deswegen am Schreibtisch Werkzeuge. Ich lege mich mal kurz eben so ein bisschen zurück. Aber ich sitze hier immer noch am Mikro. Von daher. Oh, ja. Und ja. So? Now, tell me the truth, Max. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? I wasn't sure. I know I look a lot different. I was scared, too. I couldn't see straight. I don't blame you, Max. Like you said, it's been that kind of day. So, you must have overheard our conversation. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs. But that's it. Now, for the big question. Did you tell anybody? No. No. No, I didn't know what to do. I don't blame you. That's some intense shit. Maybe I should go to the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Ah, now dancing, G. I, uh, know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool. Hmm. There's a new camera. I've got sun for...